Wenn die nötig jetzt arbeiten, aber die sind auch relativ fix, ne? Die arbeiten relativ fix. Warum produziert der hier nicht weiter? Ah doch, er macht weiter. Ich hab schon gedacht, er macht nichts mehr. Schau mal, was haben wir denn hier? 1,6 Millionen davon, das müssen wir auch mal loswerden. Das ist gar nicht mehr, also witzig ist es nicht mehr. Wir können hier unsere Essence-Büsche loswerden. Das wäre jetzt noch so eine Sache, die jetzt ganz okay wäre. Das heißt, wir müssten einen Autoklicker haben. Den haben wir, glaube ich, noch hier vorne. Den hatte ich da hingestellt. Schaufeln will ich nicht. Genau, wir hatten den hier. Wir hatten den. Und die ganzen hier. Da braucht ich nur noch einen Vakuum-Hopper. Faltes Ding. Kann ich so machen, Vakuum. Vakuum. Achso, Metapolo. Kann man ja nicht wissen im Englischen. Vakuum-Chest? Nö. Die brauchen einfach was anderes. Der schmeißt die Dinger raus. Wir fangen sie auf über den Vakuum-Hopper. Und der Vakuum-Hopper leitet sie weiter. Sollte funktionieren. Sollte. Muss nicht. Kann. Und probieren sie aus. Der hat die. Ach, er braucht ein bisschen Strom. Hab ich. Das war noch das. Jetzt gucke ich da vor. Dann sollte es. Der sollte es sein. Durch der. Sondern der. Ja. Jetzt sollte ich hier noch eine. Die produziert gerade keinen Strom. Wo hab ich denn eine, die ich klauen kann? Komm, ihr werdet doch ein bisschen Strom für mich haben, oder? Ja, die hat ein bisschen. Zack. So, ich stelle mich mal davon weg. Der produziert. Der macht Drei-Click. Alles klar. Schauen wir uns das mal das Spektakel an. Jetzt haben wir hier mal so paar. Paar Barries mit. Hat er noch gespeichert, wie viel er braucht? Warte mal, kann man das so machen? Also, es scheint zu funktionieren. Wir lassen mal laufen. Wir haben jetzt den ganzen Level bei uns. Also, wenn wir sterben, haben wir eine Größe. Großes Problem. Wir sind fast fertig. Wir sind fast fertig. Wir sind fast fertig. Wir sind fast fertig. Die haben noch nicht. Wir haben noch ein paar Sachen. Wir sind fast fertig. Wir sind fast fertig. Das ist gar nicht mehr so ein großer Aufwand, ne? Das ging ja relativ ex. So, dann lass das Ding auch noch bauen hier. Schnell. So, dass das alles noch braucht. Moment. Oh, ich kann die gerade die Bank nicht aufbauen. Das ist so ein Mix von allem wieder. Hatte ich auch schon mal. Kommt die ganze Musik alles in einer Playlist. Beziehungsweise ein Musik-Track. Lalalalalalalalalala. Ich brauche irgendwo Strom. Von der Stelle. Moment. Ich weiß, wo wir es hinbauen. Ja, ich komme. Zehn haben wir noch frei. Beziehungsweise, oh, achtet, wir dürfen hier oben kein mehr dran tun. Äh, brauche eh nicht viel. Ich brauche nur den Klicker. Der Klicker, der Klicker, der klickt sich durch die Welt. Ja, kann ich definitiv klicken, weil ich hier oben kein mehr anschließen darf. Äh, außer ich schieße da gelb noch über. Nee. Dann lassen wir es da von weg. Du musst denn dann hin? Hier noch Platz. Wir haben übel viel Platz. Also, so ist es nicht. Nee, da hinten kann ich es auch nicht reinpacken. Nee, ich muss ja auch dran kommen. Das muss ich mir nur überlegen. Ich müsste ein E-Kabel dafür haben am besten. Oder ein Ender-Jester. Aber da muss ich auch einen Export-Bass machen. Habe ich nur unten Platz? Und irgendwas im Keller? Ach, stopp. Wir müssen noch... Ich wollte noch ein bisschen Stile erstellen. Ich glaube, zu wenig. Kann ich noch Stile nicht anders herstellen? Da, Stile, das. Es gibt ja bestimmt eine andere Merkung, als Stile herzustellen. Piece of Steel. Das muss ja irgendwo herkommen, also. Zildast. Das kriegen wir über das Windfrost Iron. Und das kriegen wir über dit. Also kriegen wir es so relativ... Hier können wir nochmal gucken. Der jetzt bestimmt eine Möglichkeit, der Pulverhäuser. Zwingst also, wir können hier schauen. Info Style. Ja, das sind da Charcoal und Seildast. Charcoal und Seildast. Ja, also wird jetzt nicht so übermäßig werden. Das muss ich mir noch angucken. Hier, das Parkier, was wir erstmal weggeben. Das will ich nicht sehen. Ich will jetzt noch die letzten Minuten. Dann so eine letzte 50-Minuten-Aufnahme. Okay. Und jopp. Hier produziert Rot. Da produziert die. Das heißt, wir produzieren die da. Können uns mal zwei Stück noch davon. Und werden jetzt die anderen dadurch produzieren. Die Nobeln und die Majestätischen. Dann haben wir die erste große Biene. Danach geht es weiter mit dem Rest beim nächsten Mal. Jetzt müssen wir schauen. Hier, die hier können wir jetzt mit... Können wir mit gar nichts mehr kombinieren. Wir können aber die hier mit der kombinieren. Und dann können wir jetzt eine diligent machen. Die machen wir auch. Und eine Nobeltum herstellen. Und die beiden werden sich erstmal durchproduzieren. Dankeschön. Guck mal, ich kann keine Bienen. Also ich muss Königin mit Biene produzieren. Das heißt, man muss halt viele Bienen herstellen. Ich weiß gar nicht, ob man Königin duplizieren kann. Aber es gibt auch viele... ...zöne, dass man viele Bienen heiß noch bekommt. Okay. Dann schaue ich mal, dass ich euch beiden irgendwo hier produzieren lasse. Was hinfällt. Hier. Und da, bitteschön. Alles klar. Jetzt schaue ich hier noch die Bäume entlang, ob ihr irgendwas nicht getan habt. Meines geht also relativ fix, dass wir vielleicht ein oder zwei sich schon verändert haben. Aber so ein groben Überschein scheint es noch nicht zu gewesen sein. Gucken wir mal hier oben. Ne. Also so, ob es jetzt am Textgepack liegt, ob sie ich jetzt nicht sehen will. Ich muss ja... Guck mal, hier sind Aux. Ach, was brauche ich denn da für so eine Schere, ne? So eine Schere. So eine Groove. Wie ist der Groove? Also so. Ne, wie ist... Äh... Schere. Ich glaube nicht. Ah, wie ist das Ding denn? Ähm... At Forest Tree. Ne, das ist der Kescher. Ne, das ist auch Forest Tree. Forest Tree. For... Ah ne, da verringert sich nur die Mods jetzt gerade schon. Ähm... Was soll das Werkzeug? Was soll das denn hier? Achso, der Analyser. Genau, der automatische. Aber den brauchen wir nicht. Schmetterlinge. Schmetterlinge. Was haben wir hier oben? Achso, ein Fuser. Da. Craft da. Okay. Kann man den auch herstellen? Ne, den kann ich nur kriegen. Okay. Nehmen wir mal einen mit. An den brauchen wir noch ein paar mehr. Ich weiß, die kann man über die Villager kriegen. Da muss ich mir auch noch gucken, dass ich so ne... Ne, Villager-Händler mache. Dass ich... Immer... Wenn der Villager mir nicht gefällt, oder ich mehr Villager haben möchte, dass ich die da rausziehe. Hier war noch schon Oak, ne? Oak. Oak. Funktioniert das nicht? Er nutzt sich auf jeden Fall nicht ab. Oh, da müssen die anders aussehen, damit er sich abnutzt. Ich weiß sie noch nicht, weil ich noch nicht so ein Ding gesehen habe. Hier sind auch noch Spoo's. Meistens ist das erst inneren der Bäume, aber es dauert auch relativ lange bis... Boah, wir haben eigentlich genug Bienen, die das machen können hier. Schau auf. Ja gut. Da das hier noch etwas dauert, und auch die restlichen Bienen, die Diligent und die Noble, die jetzt noch einen Moment an sich craften müssen, sag ich mal. Die haben jetzt einen Prozess schon, ja, die produzieren schon, alles klar. Ich würde aber dir noch sagen, wenn es euch gefallen hat, lasst die Bewertung da und wir sehen uns erst wieder im nächsten Aufnahmesession. Bis zum nächsten Mal, euer FlashTotalP und Tschüss.